Ich bin der Nachtwächter. Ich bin der Nachtwächter. Manchmal muss man Angst haben. Ja. 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 Drei Stunden später. Ja. Ja, ne. Leute, das ist der Dada Bar. Den kennt ihr vielleicht aus Saints Row. Er ist auch als Entkrater oder David bekannt. Oder der geistig Behinderte, der seine Zunge verloren hat. Höhöhöhöhö. Höhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöh. Ok. Wir reden heute übrigens das erste Mal über Skype und nehmen zusammen... deswegen hab ich auch mein Headset aufm Kopf. Deswegen ist das ein bisschen komisch grad, aber ok. Ich hab mir voll Libere ausgesucht. Oder, besser gesagt, wir beide zusammen und... Eigentlich der Zufall... Aber gut... Ihr wetter Duelden und Spiele mit David. Lena leadster September mit Spielen, ok? Okay, heute wollte ich mit dem Herr David alleine aufnehmen, es tut mir echt leid. Ja. Ja. Okay. Okay, ja, wir haben uns das Level Stick Persons World 2 rausgesucht. Und dann Xing Shang Chong. Ja, irgendwas auf Chinesisch oder Japanisch oder Nordkoreanisch. Ich denke, es ist Englisch, Herr Daniel. Bist du sicher? Ja, klar. Ah, es sieht voll geil aus. Ich will das jetzt spiele. Los! Auf einmal ist es voll der Scheiß, wir kommen so rein und dann so... Und dann geht gar nichts mehr. Dann wäre ich traurig. Ja, ich auch, ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Okay. Herr Daniel, meine PSA... Ah, okay, okay, nee, es lag gerade voll. Ich komme, ich komme wegen. Also bei mir läuft du ganz flüssig. Bei mir läuft alles wunderschön flüssig. Ja, meine Internetverbindung kackt wieder, wie immer. Ich höre dich aber... Ich höre dich perfekt. Ja, wir werden auch über Skype nicht über die PS3. Wow, bei mir lag wieder meine PS3. Die macht ab und zu so DJ-Geräusche. So, okay, so macht es ja nicht, aber... Ja, so macht auch jeder DJ. Hö, 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 hö. Wow. Was ist das? Ja, kann ich auch auswählen, oder was? Hä? Ja, mit dem linken oder rechtes Dick, glaube ich. Nee, bei mir kommt nichts. Was? Okay, warte, ich wähle mal aus. Oder vielleicht musst du ja auswählen erst mal. Ja, ich wähle kurz aus. Ich bin der Typ mit dem Schwert. Hä? Nö, ich hoffe nicht auswählen. War das doch wirklich für mehrere Spieler geeignet. Ja, steht da. Ich nehme einfach mal kurz das Level, warte. Kann ich schon kämpfen? Äh. Ich weiß nicht, bin ich das. Wer bist du? Ja, ich bin der, wo gerade hüpft. Warte, bleib mal stehen, mach mal gar nichts. Ja, du kannst kämpfen. Ja, du kannst kämpfen. Ja, ich bin der Typ. Ja, ich bin der Typ. Ja, ich bin der Typ. Ich drehe dir deinen Arsch. Ja, ich bin der Typ. Okay, komm her. Willst du einer aus's Maul? Ja, ja. Ja, will ich. Komm her. Was ist das, mein Schwert? Ja, komm her. Ich stehe einer für Stoß. Ja, ich bin der Typ. Ja, ich bin der Typ. Ja, ich bin der Typ. Also langsam reicht's mir. Ja, ich bin der Typ. Komm her. HAAH, HAAH! HAAH, 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 HAAH! Da ne eben. Ich hab doch keine Elke verloren! Komm her! Wo bin ich? но glaub ich bin... OAAH, AH! Aber das ist so komisch irgendwie. Irgendwie sliden wir voll so. HAAAAH! HAHAHAHA! HIAH! HUAH! STIRB! HUIJAH! OH F*** KOMM, SCHON! WAH! NEIN! Jetzt bin ich schon wieder g'storben alter! Ja, ja. Danke. Aber ich glaub, der will einen aus dem Maul. Gleich nochmal. Ja, aber guck mal, ich durfte nicht mal einen Charakter auswählen. Voll gemein, ey. Aber da drück ich was Falsches. Oder hätt ich X drückt. Geil. Ne, man kann's nicht bewegen. Hä, was hast du jetzt gemacht? Hä, da hab ich X gedrückt. Aber ich glaub, du bist schwul. Ja, glaub ich auch. Jetzt bin ich wieder derselbe. Und ich bin gleich gestorben, geil. Nein, ich bin der. Was? Oh ja, du bist... Ja, du bist... Ja klar, ich bin das schwule Männlehrer. Guck mal, was macht der eigentlich? Oh, ich bin gar nicht behindert. Ich kann gar nix. Was machst du da? Ich versteh's nicht. Ich hör's nicht ein. Du siehst nie was ein. Ich krieg das scheiß Kabel grad voll auf, Walter. Von meinem Herzen, ey. Hä, ne, aber... Hä, aber wieso kann ich mich mal wählen? Mach mal nix. Nimm den Knüppel. Ah, jetzt kann ich wählen, jetzt kann ich wählen. Und du? Was hast du benutzt davor? X einfach. Wieso? Ja, David. Es gibt auch noch andere Taschen auf dem Controller. Das haben wir nix von X gesagt. Okay, äh... Was ist das hier eigentlich? Hat der ein Loch in der Hand? Ne, ein Penis. Oh, fang. Bist du jetzt der Penis, Mann? Ja. Da bin ich. Ich bin der... Der Bibelmann. Lazando, ne, Lazando. Ne, Lasagne. Da an der Stadt. Kämpf gleich da an der Stadt. Da waren wir noch. Okay. Okay. Du siehst nicht aus. Oh, was war's? Hilfe! Was ist das? Was bin ich denn für? Du siehst aus wie Gollum, Alter. Sie wollen mein Satz haben. Mein Satz. Mein Satz. Hintjah! Okay. Willst du auch mal aus dem Maul, hä? Ein bisschen, ja. Cool, 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 cool. Was ist das? Was ist das? Was ist das für mich? Oh, Penis. Ich bin fast tot. Was soll das? Kann der überhaupt was? Der ist doch... Der kann nix. Der kann bloß schlagen. Guck mal, ich bin dumm. Hu 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 Naja Ich brüchst einfach den Bönes aus! Du hast ja gar nicht Waffe! Warte mal! Bleib mal stehen! Nö. Hey! Guck da, du bekommst sogar Punkte, wenn ich dich haue! Hey! Nein! Du bekommst doch Punkte! Du bist doch blau! Jetzt hab ich Hälfte leer, was soll das eigentlich? Das ist kein Sinner heißer Aber ich find's nicht lustig Wieso hab ich eigentlich so'n schwules Schadding um mich rum, alter? Das ist die Mega-Attacke, wenn du R1 drückst, passiert was R1? Ja, danke, dass du's mir so frisst Ja, bei mir passiert nix Ja, wenn das Ding leuchtet, wenn das Ding leuchtet, musst du R1 drücken Hä, was leuchtet? Na, guck da, jetzt bist du tot Ja, ja Oh, fuck Ja, das war echt einfach Nochmal Okay Oh, ich hab meine Jacke an Ich schwitz hier voll Ja, es ist schon ein bisschen kühl draußen Ja, ein bisschen Hä, ich kann mich wieder Ah, ich auch, ich kann mich bewegen Okay, warte, ich nehm, ich nehm jetzt Ich nehm den Typen mit dem Schwer Und du? Okay, ich nehm Ich nehm Rambo Rambo Oder Chuck Norris, der braucht gar nix Hä? Ah, okay, nix drücker, nix drücker Wir nehmen... Das, das, Volkan Das ist die letzte State Ja, mehr States gibt's nicht Okay, warte, mein Freund, will schon los mal, guck mal was ich kann Ah, 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 ah Guck mal Ich weiß nicht, kann ich piekse Ich kann keine Super- Ah, 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 ah Oh, fuck Komm da, komm da Komm da Komm da Komm da Ich steh auf den Stuhl, alter Komm da Komm da Jaaaaah Der ist so scheiße Schnetzel Aber ich fand die Folge cool Die Folge killt mit dem Ha, 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 ha Ja, komm, hör, hör Jetzt hast du Angst Oh fuck! Kommt ihr, nimmt die Eier! Oh nein A shoots! Hey, ich hab grad Punkte gekriegt. Ja, ich weiß, auch die schlechten Verlierer bekommen Punkte. Hey, guck da, guck da, wieso, wieso, guck mal. Ich versteh es nicht. Hey, guck mal, wieso hast du Punkte bekommen. Oh, fuck. Ich stell das nicht rein. Oh, fuck. Ja, ja, warte. Hey, wer... Ja, genau, ich's gewinnte. Ich versteh's, Alter. Der Schwertyp hat kein gar nix, Alter, ohne Witz. Machen wir noch eine Runde, oder? Oh, ja, okay. Oh, schon lustig, das Spiel. Ja, ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Diesmal nehme ich... Wen hatte ich noch nicht? Ach so, genau, den Penis, Mann. Äh, warte mal, ich kann mich... Ado, ich kann mich bewegen, okay, warte. Ähm, da nehm ich, da nehm ich, ähm... Äh, ich nehm den Buch, Mann. Den Buch, Mann. Okay, dann nehmen wir die Eisbergwelt. Ich bin Gollum! Aber ich weiß... Oho! Du siehst aus wie so'n alter Mann. Du alter Mann, du. Ja, Mann, der dreht sich nicht mehr um, wenn der läuft. Guck mal, ich mach'n Mulwoll. Dum dum dum. Just beat it! Beat it! Ah! 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 Woah! Ich weiss oder so, Mann Tanke! Ah! Oh, ich hab einen Punkt gekriegt! Was ist das eigentlich? Ja, klar! Und ich heiß... Daniel! Spring, Rüdiger! Oh, fuck! Okay, die letzte entscheidende Runde. Oh, du ist der Hund! Hilfe! Lass mich in Ruhe! Ach, Jack! Bam! Hilfe! Hilfe! Rein, Rüdiger! Ach, weiss, du bist schon dumm, Alter! Ja... Manchmal verliert man, manchmal gewinnt man! Das ist so wie Yu-Gi-Oh! Oh... Hey, was war das gerade? Ja, frag ich mich auch! Okay, es war gut! Geht mal gleich mal ein Like! Und dann gehen wir zurück zur Zentrale! Okay! Und ich hoffe, es hat euch gefallen, meine Damen und Herren! Wir haben eigentlich wenig gesagt, wir haben eigentlich nur gelacht! Ja, wir haben die ganze behinderte Geräusche gemacht und den andere beleidigt und das war's eigentlich! Ja... Ja... Komisch, nochmal so ein cooles Level! Seck-Fighters! Komm, wir haben noch Zeit! Spiel mir eine... Okay, Spaß! Aufmerksam! Also Leute, dann hoffe ich, dass wir uns in den nächsten Videos sehen! Also bis dann! Herr David, was ist dein letztes Wort? Ich meinte Dada-Bar! Okay, also ihr habt's gehört! So wie wir angefangen haben, geistig behindert! Frohe Weihnachten! Ja, frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr! Wünscht euer Dada-Bar!